Oh, ich gebe Gap-Bang-Gangt. Impressiv. Meine Eisenstiefel haben immer noch keine sichtlichen Markierungen, dass sie irgendwann kaputt gehen. Glaube ich. So, nochmal auftanken. Glücklicherweise wachsen Blumen nach und wir können sie ja neu zertrampeln. Das wäre toll, wenn das im echten Leben auch so wäre. Also, ist im echten Leben so, aber ich meine, in der Geschwindigkeit, wie sie hier nachwachsen. Ihr nervt. Fuck. Fuck. Absolut verkackt. Das wird sie hier nicht in normale Goombas verwandeln. 16 macht ein Exziment. Okay. Okay. Nein, das ganze Scheißzeug ist runtergefallen. Kotze. Äh, das sieht nicht aus wie Papier. Das ist, ich würde sagen, das ist Kudung, aber ich glaube nicht, dass es das wirklich ist. Endlich, der Gipfel. Was für eine anstrengende Kletterei. Das würde ich nicht gewesen sein muss. Ich habe es sehr leichter und so. Gut gemacht, Mario. Also, klar. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch reingehen, die Luftschlange finden und... Scheiße. Äh. Sag mal, Mario, sehen Türen immer so aus? Nicht, oder? Wie kommen wir rein? Wer baut denn so oben eine Tür? Ich kann schweben, aber niemals so hoch. Warum? Musst du Luft ausstoßen, um auf dem Boden zu bleiben? Und du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde. Moment mal. Erde. Das ist es. Etwas, das, äh, etwas ist mit der Erde passiert. Deswegen ist sie jetzt so hoch. Ein Faltkreis in grün. Aber der hier ist anders als die anderen. Vielleicht hat das was mit der Erdpargamentation zu tun. Aber ist es das Erdpargament-Ton denn zu so etwas gemeinem fähig? Vielleicht hat mein Bruder ja diesen Faltkreis benutzt, um es zu beschwören. Und ist gezwungen, dies zu tun. Ich schätze, wir müssen das Erdpargament-Pergament- Ach komm, fick mich am Arsch, Alter. Finden und dann sehen, ob es uns helfen kann. You gun all this way up. It is now time to go back down. Everything is for nothing. Panorama Sportpark. Toll. Also ich kann nichts damit machen. Nein. 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 Lass mich durch. Das ist keine Bank. Zum Ausruhen. Das ist einfach nur so eine Bank. Another Tony. An meiner Schule war ich in der Grashiftballmannschaft. Also hatte ich schon etwas Vorwissen. Yeah. Sure thing. A thousand. A thousand. Actually, mir reicht das so. Ich weiß nicht, warum er zwei Schläge hatte. Wahrscheinlich, wenn man keine Eisenschiefe dabei hat. Ah. Und jetzt geht es wahrscheinlich kaputt nach der Aktion, oder? Mh, nein. Der Block über den Block? Nein. Okay, Quizfrage. Wie lange halten die Dinger noch? Die neuen Gucci-Schuhe. Fabrik neu. Hallo. Da jietet er sich in meine Richtung. Als ich seinem Friend auf den Hinterkopf geschlagen habe. Alter. Actually, die stehen schon ganz gut. Ich habe noch eine Feuerblume. Ah. Minecraft Villager Noise. Kann ich das auch überspringen? Kann ich so machen, damit die Schadenstypies in einer Reihe stehen. Einfach, weil ich es kann. Okay, das Action-Kommando hier habe ich gerade komplett verkackt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Diesmal sind beide gestorben. Das letzte Mal, als wir so ein Doppelpaar Gegner hatten, waren die dann noch normal. Und der andere hat noch angegriffen. Bei den Goombas unten. Nein. Nein. Nein, du kleiner Fußball. Ich bin die geballte Ladung Sportsguys, sozusagen. Aha. Na. Diese Röhre führt zum Tempel des Erdpergamenton. Am Picknickpfad. Bevor diese Roadies mich in einen Fußball zusammengeknüllt haben, hatte ich eine ehrenvolle Aufgabe, grimmig diese Röhre zu starren. Ah ja, dann mach das mal. Ähm. Was für diese komischen Steine? Was machen wir denn mit denen? Wahrscheinlich den Tempel öffnen. Könnt ihr euch gegenseitig damagen? Nein. Nein. Oh, der hat ein Herzchen fallen lassen. Die hören sich an, als hätten sie so Holzschuhchen. Gute Laufleistung, Mario. Du musst erschöpft sein. Hier, für dich. Das ist quasi ein Fußballfeld. Fragezeichen. So. Pergament, Tonnen, Tempel, Ding. Rinder. Wir zocken jetzt seit fast vier Stunden oder so. Und bisher? Noch keinen Boss? Mh. Gute Frage. Ich hab noch keine wirkliche Ahnung, welche Wertung ich dem Spiel bisher geben sollte. Es ist da. Was findet ihr bisher von dem Spiel? Also, ich finde ja Geld. Ein Toadshake! Vielen Dank, Mario. Aber wenn du es auf ein Vermögen abgesehen hast, hast du den falschen Toad gerettet. Ich verkaufe aber edles, exquisites und extra günstiges Zubehör in Toad Town. Schau doch mal vorbei. Ah. Das ist der Dude. Mario. Es ist etwas passiert, das gar nicht gut ist. Schlecht sogar. Das Tor zum Erdpergament ist verschlossen. Niemand kommt mehr herein, um es zu verehren. Äh, why should you? Das Tor öffnet sich nur, wenn alle fünf Panzerkugeln wieder sich in ihrem Platz befinden. Aber vier von ihnen sind weg. Und der Typ da versucht, in genau diesem Moment das Fünfte zu klauen. Wir würden ja versuchen, ihn aufzuhalten. Na, aber du weißt schon, wir sind cool was. Was können wir schon ausrichten? Ihn ganz langsam anrempeln? Nein! Du machst dich zur Kugel, machst deinen geilen Dreh-Move und saust einfach über die Teil. Hat dir Kupi und nix beigebracht, oder was? Das ist eine Schande, Alter. Ich würde sagen, wir ignorieren ihn erstmal und schlagen dagegen. Äh. Könnt ihr es glauben? Wir sind gerettet. Wie viele sind das? Lass uns Mario unterstützen, wenn er mal wieder komisch kommt. Drücke einfach Y. Dann stehen wir dabei. Ja. Ich habe schon tatsächlich ein bisschen Angst gehabt, dass jeder einzelne Toad auf der Tribüne gerettet werden muss. Aber wenn es eben so Doppelpack oder im Sparpack gibt, dann ist er ganz okay. Hi. 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 Dieser Timer läuft und läuft. Und das macht die Anordnungsphase ganz schön hektisch, oder? Oh, ey. Sieh mal. Du kannst mit Plus gedrückt halten und Münzen einzusetzen, um den Timer mehr hinzuzufügen. Wahrscheinlich kannst du Plus ganz lange gedrückt halten. Aber das kostet dann auch eine Menge Münzen. Also macht dir besser, dass das nicht der Beste auch. Denk dran. Zeit ist Münzgeld. I mean, yeah. Thanks. Ich hätte es echt gerne, dass ein bisschen daneben steht, wie viel Schaden derzeit ein Item machen würde und wie viel Leben eine Person hat. Ich hätte es echt gerne, dass ein bisschen daneben steht, wie viel Schaden derzeit ein Item machen würde Wir sind fast wieder bei 10.000 Münzen. Wir können uns also fast wieder eine Kugel kaufen. Boah, solche Macht habe ich seit dieser einen Doku über das Erdpargament nicht mehr gesehen. Wollt ihr die noch ansehen? Wollt ihr euch noch ansehen? Dann keine Spoiler meinerseits. Äh, aber zuerst einmal solltet ihr die Tempeltour unternehmen. Leider fehlen... Äh, äh, pfff. Leider fehlen allerdings die anderen vier Panzerkugeln. Äh, wie gemein, dass die einfach so diese wertvollen steinerigen Stohlen haben. Ich habe mich schon auf die Tempeltour gefreut. Ich nicht. Lass uns die Panzerkugeln finden, die in der Nähe sicher irgendwo abzugrücken sind. Ja, ich weiß, wer haben die dabei. Oh, welch Zufall. Sie sind in unserer Tasche. Und den Haken. Das passt, glaube ich, nicht. Ach, was weißt du schon, was passt denn das nicht? Gehen wir jetzt den Panzer besuchen. Ist das Religion? Äh, ich kotze. Wenn das Religion ist, ich muss puken. Tempel des Erdpergamenton. Erdpergamenton, Ursprung des Tempels, Zehnmünzen. Was spiele ich hier eigentlich? Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenton, in genau dieser Höhle. Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Da nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Koopas in ihrer Pilgerfahrt und Geschenke ehren. Deutsche Bahn, das Zubehörgeschäft in Totetown hat eröffnet. Danke, Deutsche Bahn Ansage. Schöne japanische Mucke drunter klemmen. Ne, so chinesische, was ist denn das? Japanisch oder chinesisch? Ich weiß jetzt mal nicht. Asiatisch. Panzer der Erleuchtung. Boah, wenn jetzt wirklich Religion dazu kommt, kotze ich so hart auf meine Tastatur. Das kannst du dir nicht vorstellen. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jener Felsformation die Gestalt des Erdpergamenton selbst. Und so verehren viele fromme Koopas seinen segenbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamenton soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Fels sein. Stirb, Glaube, stirb! Hallo, Toddy. Sieht dieser Fels für dich auch nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja eher nicht. That's a fucking stone, idiot! Kann ich da drauf? Box? Und was ist das? Die heilige Pfote des Erdpergamenton? Wahrhafte Gottheit. Diese clownfärmige Furche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamenton und Mario... Hey! Wenn das wirklich du bist, Mario, dann musst du mir helfen. Hi. Oh, toll. Vielen Dank. Ich war's nicht. Naja, vielleicht war ich's doch. Vielleicht hab ich ein paar Kabel und Zahnräder und so rausgerissen, als ich drinne war. Äh, werf einfach ein paar Münzen rein und sag... Dann sag ich mein Sprüchlein auf. Mal sehen, wo war ich stehen geblieben? Äh, äh, richtig. Äh, wer... Hinterlassen wurde. Aber das ist sehr wichtig. Es heißt auch, dass sein Klauenhieb... ...sein schwächster Angriff war. Das, was einen richtig zerreißt, sind wohl die Felsen, die es spuckt. Also... Besser mal drauf achten, würde ich sagen. Klauen, schwacher Angriff. Felsen spucken stark. Klingt nach einem Bosskampf. Informationen sammeln. Der folgende Abschnitt wurde der Authent... Was? Der Offensität wegen in einem ursprünglichen Zustand belassen. Vorsicht, unebener Boden. Hi. Ich wollte doch nur das Erdpergamenton sehen. Schön aus, Schlamassel. Äh, 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 äh. Kann ich nochmal Licht machen, bitte? Äh. Äh. Toddy. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stande mit Edeln in der Quise den extra günstigen Zügepärts... Äh. Ah. Dir gehört der Stern vor dem Teil. Okay. Weißt du, ich hab mal ein Buch oder sowas gelesen. Aber ich war trotzdem nicht bereit. Alles, was dann... Äh. Als das dann mit mir passiert ist. Hast du ein Buch in Origami gelesen? Ah. Yes. Wo ist das eine Ding hin? Da. Ha. Mal anklopfen oder zu lange betrachten. Der Herr des Tempels. Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht. Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man seine Schwächen beachten. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allerseits beliebt macht. Und damit ist der letzte Teil der Tempeltour beendet. Wir erwarten ihre großzüglichen Spenden. Religion suckt hart. Wie? Ist schon Schluss? Bin ein bisschen enttäuscht, oder? Äh. Könnte ja etwas albern sein. Vielleicht versuchen wir es trotzdem mal zu versuchen. Ich weigere mich, das vorzulesen. Das ist keine normale Italik-Schrift. Das ist Italik hoch zwei Schrift. So schräg wie das Ding ist. Tu irgendwas. I will do the only thing you should ever do with religion. Destroy it. Fuck religion. Die. Du hast das Erdpergament dann einfach umgeworfen. Oh ja. Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten von einer heiligen Städte bestraft? Äh. Kommt drauf an, wie der Staat das Ganze regelt. Vom Gott an sich nicht. Geht es mir nur so, oder zieht es hier plötzlich total? Ja, das ist ja kein Wunder. Das Ding ist offen. Ah, die Höhle geht noch weiter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie aufregend. Stirb, Religion! Fuck, da ist noch mehr Religion. No. Oh. You win. You win. Ich werde geheilt und da war ein Speicherpunkt. Könnte das heißen, dass wir einen etwas größeren Gegner vor uns haben? Ich denke nicht. Das wäre ja viel zu sinnlos. Das ist viel beeindruckender als alles, was wir bisher gesehen haben. Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Äh, klingt das komisch? Yes. Yes. But it sounds totally normal. On the other side. ganz nebenbei. Ganz nebenbei. Und ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keine Fall... äh, Falsschergen mehr gesehen. Äh, Falsschergen mehr gesehen. Ich glaub's ja wohl nicht. Wir haben eine etwas andere Musik. Wir haben eine etwas andere Musik. Und die schnipsen einfach alle weg. Und die schnipsen einfach alle weg. Testen wir das mal. Oder haben die einfach nur Defense? Ja, es ist genau, wie ich's mir gedacht habe. Haben zwölf oder weniger HP? Ama... Yet! Nom 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 nom... Dankeschön. Mmmh... Mit... Kraftübertragung müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Geht. Krasser Move. Ich hab gerade überlegt, ob wir vielleicht einen Move machen können, dass der eine, oder dass einer von den Toads quasi an der anderen Seite steht. Aber nein. Die haben zwölf oder weniger Leben. Ich wollte zwar eigentlich einen Exzellenten machen, aber naja. Nice. Nice. Glitzerstiefel. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. That is cool, I guess. Okay, damit könnte ich darüber. Vorüber. Vorredetotie. Nein Alter, kannst du bitte den Das wird nicht helfen Ich hoffe, mein Attack ist nicht vorbei, nachdem ich den Koopa getroffen habe Nein, aber verzögert ist sie Wir sind bei 10.480 Ich danke euch Ich danke euch Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie lange ich hier gefangen war Ich bin der Verwalter dieses Tempels, müsst ihr wissen Mein nur... Was? Mein nur der Erinnerung kreiertes göttliches Abbild war verbesserungswürdig Also kam ich hierher, um das Original zu suchen Gut, eigentlich interessiert mich nur, wie viele Münzen ich damit machen kann Doch ich habe... Doch habe ich deshalb den Angriff dieser Flapflaps verdient Äh, nein, Kapitalismus ist absolut normal Und keiner kann dir irgendwas Böses sagen Hm, wahrscheinlich schon Naja, sei vorsichtig auf dem Weg nach draußen, Mario 100% aller Todes gerettet Wow That is fucking useless Und das da drüben ist eine Abkürzung, die wir wahrscheinlich bekommen werden Nachdem wir da drüben reingegangen sind Prost Ha Ein Glitzerhammer Stärker und stylischer als gewöhnlich Alltagshemmer Yes, yes Stärker und schluck M-m-m-m-many of them Hippe-dee-hoppe-dee, your life is my properdee Weißt du, mit dem Hammer bin ich immer ein bisschen kack Na, geben wir kein Risiko ein Machen den ja Da war ich zu greedy Okay Eben einmal ein bisschen Discord lesen. Ups. Ich habe gerade nicht dieses Einstellungsfenster gesehen. Enemies. I make them later. So viel zum Thema. Kein Risiko eingehen. Ja. Das mit dem Hammer regt mich halt auf, dass ich da das Action-Kommando noch nicht hinbekomme. Actually. Das ist geschenkt. Ebenso ihr. Hammer-Excellent-Angriff muss ich unbedingt noch üben. Da bin ich zu dumm für. Ich frage mich, ob das auch wie bei den anderen Paper Marios ist, dass je stärker die Hammer-Attacke ist, desto schwieriger auch das Action-Kommando. Würde Sinn machen. Bist du die Nummer 5? Bist du die Nummer 5? Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse so viele von ihnen. Also wahrscheinlich kann man die nicht der Nummer nach einsammeln, weil einfach Fähigkeiten für irgendwas fehlen. Aber trotzdem, das regt mich auf, dass ich 1, 2, 3 einsammeln konnte und dann einfach 4, 6, 7, 19, 26. Das ist doo-doo. Hm. Yes. Yes. Schöne Lightning-Effekte. Auf dem Boden müsst ihr mal drauf achten. Ich hab's doch richtig gesehen. Bin ich nicht gerade dagegen gelaufen? Meine Fresse. Ah. Komm, einmal noch. Daddy comes once more for you. Der Block über den Block? Nein. Ich bin enttäuscht. Ich spreche hier im Vorgang. Ah. Schade, ich dachte, die Hülle stört sich jetzt ein und wir sterben. Das wäre toll gewesen. Okay. Der eine Gegner davon ist neu. I have general concern. Eigentlich will ich wissen, wie du angreifst. Andererseits, äh, ja. Du hast mehr als 14 Leben. Und du greifst sehr schnell ab. Und du hast mehr als 15 Leben. Und du rein rein. Für mich wir heute auch an die Gedanfaue. Wie일 oder die Hülle zerstör? Dannバイ mun häufiger. Du hast sö dig. Aber wenn du ist. Du treibst sehr schnell ab. Wundern, wo du libraries elegierst. Und du wuj zost. Inh vasen. Und du kannst. Und du bist. Ich bah nur dann drafted. Geld không. Ich wurde nachden. мо gauge nur dann kommt. manera von keyf Eli. Bist du hast. Die haben Leben. Und Geld. Puh, jetzt kommen wir noch mit Feuer. Was ich sagen will ist, bitte sei vorsichtig und wenn dir nicht gut geht, drücke sofort Y und setze ein Item zur Heilung ein. Das ist schon eine herzliche gute Idee. Zumindest ist es realistisch und Feuer macht uns Schaden. Wow. Interesting Coalation. Darf ich fünfmal angreifen? Darf ich tatsächlich? Wow. That is garbage. Schade, dass es kein Lexikon oder sowas gibt wie in Paper Mario 2. Wo auch die Leben und die Defense von den einzelnen Charakteren immer dabei steht. Bisher muss ich halt immer so ein bisschen abschätzen, wie viel Leben Gegner haben. Bei den Koopas ist es wahrscheinlich zehn oder elf. oder elf. Oh, Alter. Ach, komm. Ich lache. Haha. Das war knapp. Das war ein bisschen schneller, als ich laufen könnte. Äh... Das Ding sieht so groß aus. Ich gehe nicht davon aus, dass ich da drüber springen kann. Irgendwie. Na, wir könnten reingehen. Auch, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, wenn wir reingehen, dass wir quasi da sind, wo das Feuer herkommt. Dass ich immer so ein paar Teile hier auf meinem Shirt, die ausgekippt werden. Danke auch, Green Screen. Oh, das kenne ich aus Mario Galaxy. Sah genauso aus. Wie praktisch. Nicht schlecht. Du bist zwar schon aus Papier, aber das Ding hätte dich echt platt gemacht, Mario. Ich hätte wissen müssen, dass du ein Wick findest. Gut gemacht. Da vorne ist ein Herz, welches besonders aussieht. Ist das, um meine maximale KP zu erhöhen? Oder ist das Trash? Das war das letzte bodenlose Loch. Es ist genau das, was ich dachte, ja. 70. Ui, das ist ja ein KP Max Plus. Supi. Fantastomatisch. Und was genau macht das? Ich rate mal einfach mal und sage, du hast jetzt mehr KP. Ja, surprise, surprise. Shut the fuck up. Please. Go away. Gut, damit ist dann meine Frage auch geklärt. Wahrscheinlich gibt es Items besser als Pilze. Super Pilze oder so. Also die blauen quasi wieder. Die mehr Heilung geben. Jetzt, wenn man mehr als 50 KP haben kann, würde das dann auch Sinn machen. Frage, gehst du bis nach unten? Ja, ist eine abgezucht. Ja, wir haben es geschafft. Na gut. Erd, Pergamente und Statue am Mund auf. Und Augen zu. Jetzt kommen wir nämlich. Ha! Röhre. Lektion für alle Leute, die Mario spielen, bevor du zum Endboss kommst. Einfach alles abspringen. Weil bei Mario ist vorm Endboss immer, also zumindest bei den 2D-Teilen, immer irgendwo eine versteckte Box mit einem Item drin. Ja. Tschüss. Ne? Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen.